Ja, es ist nervig. Ich muss näher ran. Warum muss ich immer so ein Versteckspiel machen? Hau ihm doch einfach die Frisse, hey! Dreh dich um. Ich wusste es. Du solltest stolz sein. Was ist denn los? Fehlen dir die Worte? Ich habe mehr erwartet. Das schmerzt. Der Joker hat mir den Film geschickt. Ich sah dich sterben. Lüg mich nicht an! Wie lange hat es gedauert, bis du mich ersetzt hast? Ein Monat? Eine Woche? Ich habe dir vertraut! Und du hast mich einfach sterben lassen! So ist das nicht gewesen! Du hast mir immer gesagt, Bruce. Konzentrier dich auf das, was du erreichen willst. Und du schaffst es. Willst du wissen, was ich jetzt will? Dich sterben sehen! Oh Gott. Du kannst dich nicht verstecken! Ich werde dich kriegen! Jetzt hat er sich einen Sniper gebastelt, oder? Was soll denn der Schwachsinn jetzt? Jason ist auf seiner Sniper-Position. Ich muss näher ran, um ihn zu überraschen. Ich höre ihn noch lachen. Er ist immer noch in meinem Kopf! Du kannst dich vor mir nicht verstecken! Ja, es ist nervig. Ich muss näher ran. Warum muss ich immer so ein Versteckspiel machen? Hau ihm doch einfach die Frisse, ey! Du Penis, ey! Ist doch nicht dein Ernst, oder was du hier für eine Scheiße? Abziehst du diesmal in Betsy. Ja! Jason ist auf seiner Sniper-Position. Ich muss näher ran, um ihn zu überraschen. Nö, 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 nö! Und wie machen wir das? Wer da hat das jetzt nicht gesehen? Hier endet es, dunkler Ritter! Hier und jetzt! Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Ich bin nicht mehr dein Helfer! Ich bin jetzt erwachsen! Kann ich irgendwas von meinem... Ich kann mir nicht leisten, meine Position zu verraten. Ach so. Hast du überhaupt nach mir gesucht? Oder wolltest du nur schnell einen Ersatz haben? Jason, ich kann dir helfen! Keiner kann mir helfen! Was war das jetzt? Du bist nicht der Einzige mit Helfern! Schlechte Idee. Jason wird mich sehen. Alles wird gut, wenn wir aufpassen und zusammenarbeiten! Schade, ich dachte, das reicht mal. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Ach so! Wahnsinn, ich kann damit ja gar nichts anfangen hier. Ich mach doch noch gar nichts, du Idiot! Jason ist hier. Ich kann den Synthesizer nicht verwenden. Wo guckt er denn hin? Dieses Gesprächsspielchen mit dem Typen muss ich jetzt noch ein paar Mal machen, echt? Alter, hörst du auf zu ballern? Und er steht wieder auf. Und er wollte schon wieder zu seiner scheiß Knarre greifen. Du hattest so viele Gelegenheiten, ihn umzubringen. Du bist schuld, dass Joker mich erwischt hat! Jason wird mich kommen sehen. Ich muss direkt unter seinen Aussichtspunkt, ohne auszuschalten. Endlich werde ich dich sterben sehen. Das war der Joker. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wag nicht so zu tun, als würdest du verstehen! Ich muss durch das Rolltor nach draußen, bevor sie das Gas freisetzen. Durch welches Rolltor, Mann? Ja, auf einmal ist Gas freigesetzt worden. Natürlich! Also langsam foppt ihr, müsst ihr ein bisschen höher aufzuquatschen. Ja, du kleine Pelle, Junge. Du hast ein super tolles J-M-Fresser. Hast du das schon gesehen? Wenn du so blöd bist und dich vom Joker schnappen lässt, was kann ich denn dafür? Jetzt muss ich die Typen aber nicht nochmal neu verprügeln. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Dieses scheiß Stromteil ist auch noch da. Wie lange hat es gedauert, bis du die Suche nach mir abgebrochen hast? Wann hast du aufgegeben? Das war der Joker. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Frag nicht so zu tun, als würdest du verstehen! Du wirst da drinnen sterben! Unter Schmerzen! Ich muss durch die Klappe im Rolltor entkommen, bevor das Gas freigesetzt wird. Durch die Klappe im Rolltor? Ach, durch die! Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Hm, lol. Ich dachte, das ist nur das Fadenkreuz. So eine Scheiße. Soll ich den ganzen Kram noch mal machen? Oh, jetzt gehen wir mit deinen Helfern hier auf den Sack. Ja, versteckt er sich. Ich wollte 1-1 und... Egal. Entschuldigung, aber kurz. Egal. Egal. Ah! Oh Das ist Gerechtigkeit Das ist was du verdienst Ich f*** dich und deine Mutter, du wundern Du bist nicht der einzige mit Helfern Scarecrow will ihn lebendig Und dein Neid will ihn tun Ich weiß, wer mein Boss ist Glaubst du, du kannst meine Männer besiegen? Versuch's nur Oh nein Wie läuft's da drüben? Seht ihr was? Sieh mich! Du hast Angst bin ich Hey, da runter Da runter, nicht dagegen Meine Güte Wir haben ihn verloren Verteilen und Gebiet durchsuchen Drei Zwei Eins Drüben, Batman Augen auf, Jungs Lasst euch keine Angst machen Wenn ihr euch nicht fürchtet Ist er machtlos Du hast meinem Kumpel heute den Arm gebrochen Er hat die Hälfte der Jungs im Luftschiff grün und blau geschlagen Zeit für ein wenig Verkältung Werdet ihr mehr, sag mal? Alter Springe doch nicht in irgendeine Richtung, wo du nicht hin sollst Ey Vielleicht sollte der Arkham Knight vielleicht ja mal gewinnen Oh Gott Jetzt heul doch nicht einfach so rum Stell dich in deinen Ängsten Und du kannst erlöst werden So, jetzt bin ich zum dritten Mal hier unten drunter War der Joker Ich weiß, wie sich das anfühlt Ich auch Mag nicht so zu tun, als würdest du verstehen Du wirst damit sterben Unter Schmerzen Ich hab gelernt, Schmerz zu ertragen, Batman Und zwar von dir Du kannst nichts angreifen, das du nicht sehen kannst Optische Beugungspanzerung Deine Sensoren helfen dir hier nicht Benutze deine Augen, Batman Wenn du noch weißt, wie Schnapp sie dir, Batman Meldet euch! Wo seid ihr? Unter der Etage ist auf Was ist mit dem Gitter passiert? Wo ist denn das Dezanz-Hacking-Gerät? Da Was ist mit ihm denn? Okay, er will wohl den Das Cola-Ding So, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier wieder komplett rausgerannt Dieses Mal nicht, Batman Ohne die Maske bist du allein Oh Gott! Ja, komm her! Scheiße, ich komm noch nicht nah genug ran Der ist K.O. Batman Das ist K.O. Da ist K.O. Mit dem schon gut ich werde sie aufhalten ach so ich dachte ich kann jetzt vielleicht noch zwischendurch jose 2 in b batman Okay, wie du das sagst. Bin aber schon wieder da. Ja, er ist wieder weg. Ich hab da... Das... Das ist wunderschön, dass ich für dich keine Legende bin. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert. Aber ich kann immer bloß eine hacken. Und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Jason wird mich kommen sehen. Ich muss direkt unter seinen Aussichtspunkt, um ihn auszuschalten. Jason ist auf seiner Sniper-Position. Ich muss näher herab, um ihn zu erwaschen. Ich bin ein scheiß Rittler-Trophäe, ne? So, komm ich jetzt hier oben. Gut, da hat er mich nochmal eben erschossen. Jetzt sind wir quitt, Bruce. Du und deine Mutter sind vielleicht quitt, aber ich herantiert nicht. So, wie komm ich da am besten hin? Für mich bist du keine Legende! Da hinten nur 200 Dinger und ein Dings. Da müsste ich doch oben lang können. Ich komm mal auf den da. Eigentlich reicht der rechte aus, wenn ich den wegmache. Du wirst battlen, während mein Stiefel dir im Nacken sitzt. Glaub ich zumindest. Ich gucke gleich mal. Schlechte Idee. Jason wird mich sehen. Ist mir scheißegal, was du denkst. Weißt du überhaupt, was der Joker mir angetan hat? Was er für Spiele gespielt hat? Im Vergleich dazu wird das hier gnädig. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert. Aber ich kann immer bloß eine hacken. Und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Ja, ist ja egal. Wenn der jetzt drüber guckt... Das ist da drüben. Du hattest so viele Gelegenheiten, ihn umzubringen. Du bist schuld, dass Joker mich erwischt hat! Ungeschafft. Mein Gott. Jetzt hau ihm eine rein! Du bist Robin, Jason. Nicht das, wozu er dich gemacht hat. Stopp! Hör sofort damit auf! Jetzt mal hinter. Sorry. Hält schon meinen Mund. Du hast mir das angetan! Es tut mir leid. Du hast mich in einer verlassenen Ecke von Arkham verrocknen lassen! Über ein Jahr! Mit ihm! Es ist nicht zu spät. Wir können etwas tun. Gemeinsam. Alfred, ich... ...habe Jason gefunden. Entschuldigung, Sir. Ich muss mich verhört haben. Ich dachte kurz, sie hätten Master Tod erwähnt. Du hast richtig gehört. Mein Gott, geht's ihm gut? Nein. Tut es nicht. Das war's dann wohl mit dem Arkham Knight. Hat den Namen selbst gewählt. Der gute Junge. Wo kann man einen Mann besser um den Verstand bringen als im Ehrenhaus? Ich vermisse diesen Ort. Wer weiß. Vielleicht landen wir eines Tages wieder dort. Wir müssen aufs Dach gelangen. Scarecrow ist da oben. Was ist passiert? Ich habe Crane verfolgt und wurde geschnappt. Jim. Das mit Barbara tut mir leid. Muss es nicht. Bringen wir das hier zu Ende. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Jim, Vorsicht! Was denn jetzt? Ich habe doch gerade erst so eine übelste... Jetzt ist da so ein Elektro-Großfuzzi dabei. Der jetzt auch noch zu rennen will. Ja. Ja. Alter, gehen wir nicht auf den Sack, ne? Gäste. Und jetzt mal besser. Ja, weiter. Und jetzt mal besser. Das ist das. Das ist das. Das ist alles... Danke. Bist du okay, Jim? Ging mir schon schlechter. So. Scarecrow festnehmen. Ja. Liebe Freunde. Werden wir alles machen. Alles, alles, alles. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und Erfolge. Beim nächsten Mal werden wir dann weitermachen. Falls wir uns bei Batman nicht mehr hören, wünsche ich euch ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch. Ne? Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Ganschat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich schούbu euch um latter.